Hey Leute, heute kein Dragon Ball Legends Video, heute kein Dokkan Battle Video. Ich bin heute nicht zu Hause sozusagen, ich bin ja bei Diana und ich habe heute Geburtstag. Ja, am 7.7. hat Rabbit Geburtstag, er wird schon wieder, Elsa, Hilfe. Diana will mich irgendwo hin entführen, ich habe keine Ahnung wo. Das heißt, wenn Mittwoch kein Video kommt, bitte sucht mich. Ich bin irgendwo festgehalten, versteckt, guckt in euren Keller nach, auf eurem Dachboden. Hilfe, falls Mittwoch kein Video kommt. Leute, heute gab es zwar, oder wird es noch ein Video geben natürlich, ein normales Video, aber kein Legends, kein Dokkan Battle. Ich bin, wie gesagt, nicht zu Hause, kann nicht aufnehmen, ich weiß nicht mal wo ich bin, ich hoffe, ich überlebe es. Wenn ihr mir so ein kleines Geburtstagsgeschenk da lassen wollt, gebt mir gerne euer kostenloses YouTube-Abo, kostet ja nichts, einfach abonieren, drücken, da freue ich mich. Müsst ihr ja sowieso, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, was auf allen drei Kanälen gerade läuft. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder zum DBL-Update, aber ich bin gespannt, wo ich war, wie ich war, weiß nicht, ob ich da irgendwie was, eine Story aufnehme, wo ich war dann oder so. Also wo ich bin, werde ich euch natürlich nicht sagen, weil ja, ist nicht so geil die Idee. Aber ich wollte euch nur mitteilen, ich habe Geburtstag, ich bin nicht da, der Jena entführt mich. Wenn dem Mittwoch kein Video kommt, bitte kommt, sucht, rettet mich, Black Rabbit ist verschwunden. Wollte ich euch nur mitteilen. Und ja, falls ihr mir noch was schenken wollt, gerne eine Kanalmitgliedschaft da lassen oder einfach auf Twitch ein Abo, was auch immer euch einfällt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich genieße ihn hoffentlich und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich wollte euch nur das mitteilen als kleines Infovideo, haut hart rein, Leute. Viel Spaß mit euch auf der Endcard, denn es sind ja eh in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, täglich mindestens zwei Videos gekommen. Also es kann euch bei Black Rabbit nicht langweilig werden. Es gibt so viele Videos anzugucken und ich habe auch noch zwei Kanäle, wie gesagt, Black Rabbit RPG, gibt es auch sehr viele Videos anzusehen. Genauso wie auf Rabbids Openings, alle Kanäle in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut hart rein und ich bin gespannt. Ciao. Bis zum nächsten Mal.